Wir haben den 23. März 2022 und es ist noch ein optimaler Zeitpunkt, zwar nicht mehr, Jungfrau Mond, zunehmend im Frühling und Sommer und Herbst und Winter abnehmend, zum Coppola durch Gegenzungen veredeln und unserer Ficus Carica veredeln. Wir haben hier den Parafilm, das Edelreis, das man schräg anschneidet. Ein Teppichkattermesser, eine Schere, ein scharfes Messer und eine zum Vorschneiden Schere, Gartenschere. Desinfiziert wurde das Ganze, natürlich hier haben wir unsere Edelreiser. Und total wichtig ist, sauber arbeiten, Händewaschen mit Seife, alles desinfizieren. Und dann hoffen wir, dass das heute ein guter Tag zum Veredeln wird und dann gleich den nächsten Patienten.